Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Diablo 3 und wir müssen ja jetzt hier rein. Wir hatten eine kurze Überfall in der letzten Folge. Aber jetzt geht es um die Tiefen Ebene 1. Ah, lang da oben. Wir haben den Zellenstein, tut mir leid. Jetzt können wir mal wieder ein paar Feinde kommen. Das ist der Koffer, das nehmen wir jetzt. Sie brauchen mehr Zeit! Sie brauchen mehr Zeit, Sie brauchen mehr Zeit. Okay. Hey! Ich hatte das Glück während meines Lebens viel über die komplizierte Geschichte der Barbaren herausfinden zu können. Doch der Ursprung dieser großen, mächtigen Krieger liegt weitestgehend im Dunkeln. Die Behandlung gesagt. Dass sie nachkommen von Bulkatos sind. Einem Urahnen, der ich die Ideale verstärkte, verkalbten Wut verkropperte. Auch die Behandlung ist. Die Behandlung dieser großen, die Behandlung wird auch in der EU. Sie brauchen mehr Zeit, die man mit einer Wut deliveriert. Schadung im Dunkelhäu. Oh das geht noch ein bisschen auch irgendwie langweilig keine hauswürdig mehr was auf der breche oben einfach und schön dann kommt in der wand schön mal zeit nichts ist los ja auch für den rungen kein guter Ja, blieb. Ja, 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 ja. Ich bin verletzt. Gut. So, okay. Das geht noch nicht. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, ich bin jetzt nicht mehr. Oh, ich bin jetzt nicht mehr. Oh, ich bin jetzt hier drin. Oh, ja. Ja, raus, warum? Nein, Spaß! Ich hab nur drei! Du, ich darf! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, geht in den Enden. Oh, geil. Schön, langweilig. Ich würde nicht bekehren, dann fahre ich mal rein. Unten kommt. Oder woher ich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. das ist ja so toll und da gehts kann die 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 Volkatos führt meine Hand Ihr seid zu spät mein Diener ist bereits in eure Festung eingedrungen und seine Appetit ist riesengroß Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschicken Findet die Speisekammer Speisekammer Ok Ich bin Danke Die Gamer-Bonn Muss mich mal etwas auskennen Noch nicht bereit ich bin oh down Ich bin wer Die Menschen glauben tatsächlich, dass sie sich hinter ihren lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer hellrischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie immer flügelnden Sinn beantworten können. Noch ist das Mädchen schwach und ihr Held wird nicht damit rechnen, dass wir von unten angreifen. Lastiger, fräßiger Bestialmoos. Als es auf die Ölgung kommt, glaub mir, das weiß ich schon. Ich hoffe, die Soldaten auf den Bollwerken können sich auch ohne uns... Ich bin kein Problem, kein Problem, den Stark. Danke. ooh 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 oh da ist nix oh der ich brauche eine neue fertigkeit Eine mächtige Fertigkeit. Danke. Gup, gup. Gup, gup. Gup, gup. Gup! Gup! Gup, gup. Gup, gup. Gup, gup. Oh, hier ist er. Hier ist man. Oh, hier ist er. Oh, hier ist er. Oh, hier ist er. Oh, hier ist er. Geh, Junge! Oh, das war's, ich habe einen Kuchen auf der Bühne. Oh, das war's, ich habe einen Kuchen auf der Bühne. Mist. Oh. 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 Ah, genau. Und was haben wir? Oh, mein Gott. Ah, das war's. lebt gott jetzt muss man weiß wie ein babau ich komme raus und bin fast am sterben das war lustig der dämon er ist hier wer nicht in der politik ihr seid derjenige der fürst belial getötet hat ich werde es genießen euer fleisch von allen knochen zu reißen das entfernen doch nicht bereit oh nicht mehr auf dem ... ... ... ... ... ... ... ... Oh ja an der fähigkeit also noch nicht bereit ja 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 gut natürlich das Okay Das geht noch nicht. Ich trage zu viel. Ah, das ist nebisch. Mein Gepäck ist voll. So, zurück Herren. Den schlechter, ne, ne, schlechter hab ich ungesiegt. Das wurde kreisige Bestekum. Ein unbedeutender Sieg über einen nutzlosen Lakaien. Ihr habt eure Zerstörung herausgezögert. Nicht abgewendet. Eure Mauern sind nicht stärker als zuvor. Unserem Ansturm habt ihr nichts entgegenzusetzen. Der Stein wird trotzdem mehr hören. Nicht genug Brut. Die sind nicht ganz gut. Ne, da ist schon ein Kamm. die kriegten haben was man angedrückt hat das schiff das dem block umher es ist wieder mit euch zu kämpfen gott schafft das steht hier mit all den reichtümern an die ihr findet ich finanziere damit selbstverständlich mein verdorbenes und extravagantes leben an einem ort wie diesen das bezweifle ich vielleicht habe ich auch woanders eine bessere verwendungsmöglichkeit für meine schätze gefunden ihr sendet sie fort wir haben alle unsere schulden abzuzahlen mein freund sie werden reiß ausnehmen wenn sie uns sehen es ist gut wieder mit euch zu kämpfen es ist gut wieder mit euch zu kämpfen also die 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 So, alles, gleich mal rein, bis auf die Schöter. Okay. Oh, hier sind wir in die Zirkel zurück. Nein. Oh, hier sind wir in die Zirkel. äh 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 waff äh 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 beim beim äh 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 Sönstige Intelligenz, Geschwindigkeit für Leben Entschuldigung Intelligenz brauche ich nicht äh äh das ist äh 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 Egal... Ich kriege aber auch ein bisschen Intelligenz. Eigentlich nicht, aber... Meinen wir so. So. Genau. Nächste Folge genommen die Quest ein Abo, das wie gesagt 18 Sekunden. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.